So, mir wird hier immer mal wieder vorgeworfen, ich würde nur nie drashen oder ich wäre nur so gut, weil ich nie drashle oder sonst was. Das würde ich einfach mal wiedergeben und zwar, sieht man ja hier, schaut euch die Ranks an, danke, also da wird 30, ich bin da 25 und ich bin hier auf dem zweiten Platz. Das würde ich einfach mal wiedergeben, dass ich Noob-Bashe oder zumindest, dass ich nur Noob-Bashe, ich gebe ja nur noch mal Noob-Bashe, was ich aber eigentlich meistens für die Videos mache, geiles Outfit, weil es eben ansonsten von der Konstellation ja sehr gut wäre, wenn die Leute, mit denen ich zusammenspiel, auf einen High-Level-Server gehen müssten. Alles klar, jedenfalls hoffe ich, dass ich die jungen Leute, die jungen wissen, wenn sie sich angesprochen fühlen, dass sie gemeint sind, dass ich hoffentlich die Leute überzeugen konnte, die mir das immer vorgeworfen haben. Ähm, ja. Genau, vielleicht mache ich natürlich auch noch eine Zunge, aber dann mache ich irgendwie auch noch eine Zunge wieder aus. Alles klar, ähm, ich würde sagen, genau. Victory, dankeschön. So, jetzt zeige ich euch nochmal den Abschluss-Score. Also, nur so, ne? Hier, dritter Platz. Von den Kills hier, der zweitböste. Also, danke. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe alle Zweifler überzeugt, dass ich nicht nur Noob-Bashe oder es eben auch nicht gegen Noobs drauf habe. Danke. Ciao.